Ein weiterer Windrad. Jeder Meter Netzausbau verteuert den Strompreis. Diese 3.200 Windräder erzeugen heute schon teilweise mehr Energie, als wir sie nutzen können. Und es gibt keine Speicher und wird sie vielleicht nie geben. Diese Energiewende, die von der Rot-Grün-Regierung ausgerufen wurde, wurde eklektisch, dilettantisch durchgezogen. Zur Lasten des Bürgers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017